Geht los, Adrian! Es ist voll, Karussell, voll. Ja, jetzt ist es los. Komm, voll! Full! Full! Oh, er kommt ja auf! Oh Leute, jetzt ist es los! Es reicht schon! Guck mal, da kommt es immer wieder mit dem Eintal hoch. Ja. So ein bisschen. Willst du aussteigen? Ich bin aussteigend nicht aussteigen. Es war eine Freudefahrt. Es war eine Freudefahrt. Oh Leute, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön! Oh mein Gott! I have tried to run. Kippert jetzt auch. Es ist nicht fest. Ja, wirklich? Hast du gesehen? Kann Englisch. Oh, Speedrunner Robin! Speedrunner Robin! Speedrunner Robin! Der kennt dich? Ich hab ja gesagt! Das ist mir schon zu hoch! Das ist mir schon zu hoch! Das ist mir schon zu 40 Meter! Nein! Das ist ja hoch! Guck doch mal hoch! Das ist mir schon zu 40 Meter! Das sind niemals 40 Meter! Nein! Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die 80 Meter sind! Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die 80 Meter sind! Hilfe! Hilfe! Ich will nicht! Ich will nicht! Nein! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Oh oh! Die Westen will mit! Ich hab richtig geschickt! Ich mach den Countdown! 5! 5! 5! 5! 3! 2! 1! Action! Das ist ja krass! Alter! Das ist krass! Das ist krass! Ich will keine 80 Meter! Wir fahren jetzt 3 Meter höher! Achtung! Wir sind noch nicht am Ende! Bambi! Alter, das hat sich so schlimm angekühlt so ein bisschen! Der Paul fährt jetzt ganz nach oben! Der Marcel auch! Jetzt habe ich Geld bezahlt! Jetzt muss ich auch furcht! Aber das ist voll ein komisches Gefühl! Doch, aber wenn der runterfällt hat das Gefühl! Das ist geil! Ich finde es ja voll schlimm! Das ist geil! Hau! 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 15 lasse ich los! Einmal und nie wieder. Ja, was ist eigentlich diesen Magic Fümer? Geht der? Alter, was mache ich hier? 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 Ich glaube, es ist aber leichter. Oh nein! Bitte auf, bitte! So, ich fette einfach mal hoch und dann muss ich mich festhalten. Dann streite ich hier rum. Oh nein! Das sind 80m, Alter, was mache ich hier? Sollen wir uns eigentlich filmen? Nie wieder Freefall Tower. Alter, das ist aktual. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt sagen soll, aber ich glaube, ich sollte nicht schreiten. Fühlt sich nicht so schlimm an. Thomas! Was mache ich hier? Abschuss! Das war jetzt aber ein komisches Gefühl. Ihr habt den Hangover! Woaa! Von der Paul und die Masse fangen auf. Und jetzt kommt die auf. Tja Leute, mal gucken wir mal reinsehen.